Haben wir jetzt nicht Zauberkunst? Ja, haben wir! Wir befinden uns im zweiten Stock, im wunderschönen Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wie die Playstation 2, gerade noch einen verlorenen Gegenstand mitgenommen und sehr viele Bohnen bekommen aus dieser wunderschönen Truhe, die ihr da vielleicht seht rechts. Nur gut, Zauberkunst. Ich bin gespannt, hatten wir noch nicht. Sehr, sehr gespannt. Und dieses Wallpaper da scheint schon ein kleiner Hinweis darauf zu sein. Ihr müsst das Carpe Retractum Zauberbuch holen. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Man lernt zwei ähnliche Zaubersprüche, aber bei anderen Lehrern, in anderen Leveln und ja auch die Charakter haben dann, zum Beispiel Glatius hat ja eigentlich Harry in der PC-Version, hier hat es Hermine und so weiter. Und man hat Carpe Retractum auch nicht bei Flitwick gelernt, sondern Glatius in der PC-Version und so andersrum. Immer gespannt, ob man noch Lapiforce und Draconis lernt. Zwei absolute Legenden-Zauber-Sprüche. Finde ich die besten, die man mit die besten, die man überhaupt in Harry Potter spielen lernt in der PC-Version. Vorm Gefangenen von Azkaban. Sind sie auch hier dabei? Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir eigentlich auch mal wieder in den Shop von Fred und George, aber ich hab vergessen, wo der ist. Ups. Gibt's hier noch mehr Flammen? Hackel, meine ich. So, Musik auch dazu. Einfach wunderbar. So, dort geht es weiter. Carpe Retractum. Wer wird ihn lernen? Lernen den Harry? Harry hat schon lange keinen Zauberspruch mehr gelernt. Hat Harry überhaupt schon einen Zauberspruch in diesem Spiel gelernt? Oh, das sieht aus wie Saurons Auge. Das ist Saurons Auge. Hallo. Ah, ist heiß. Ah, verstehe. Oh nein. Ich kann die ja nicht. Ah, okay, okay. Ja, ja, ja. Hey, hey, hey. Schneller. Harry. Harry, was machst du? Weil ich muss mit Hermine die erste alle löschen. Sonst geht's nicht. Okay. Okay. Das ist ein cooles Rätsel. Auch wenn's klein ist. Aber ich mag das. Fertig. Eins, zwei, drei. Amoin. Übersteuern. Rotkäppchen. Und die sind irgendwie... Ich mag diese Gegner. Ich find die lustig. Das sind so ein bisschen fortgeschrittene Wichte, oder? Imps. Ne, Imps hießen die. Die Imps waren halt ein bisschen weird. Die find ich ein bisschen cooler. Aber die laufen auch nicht so komisch rum. Und die werfen keine Stinkebomboms. Ist auch ein Vorteil. Die sind so richtig, richtig ernst zu nehmen. Die Gegner fast schon für ein Harry Potter Game. Mit Schwert und Rüstung. Das erinnert mich ein bisschen an das Glatius-Level. An das zweite Glatius-Level in der PC-Version. Da fährt man auch irgendwie mit so einem Ding hoch oder runter. Und auf jeder Ebene kommen, glaube ich, diese komischen Feuerkrabben. Das war ja mit Harry die Abschlussprüfung. Aber eigentlich insgesamt nicht so ein interessantes Level. Nicht so genial wie das erste Glatius-Level mit dieser Rutschbahn. Nun gut. Ah. Und wer muss hier weiter? Hermine, kannst du dich da durchquetschen? Okay, Hermine soll sich durchquetschen. Schon wieder. Vielleicht kann auch nur Hermine generell. Ah, okay. Hermine ist die einzige, die da durchkommt. Generell wohl. Nicht, weil sie jetzt gebraucht wird. Hey. Was seid ihr denn für Schwächlinge? Hey, Hermine. Der Spalt scheint die richtige Größe für dich zu haben. Das kann man falsch verstehen. So. Du vergisst uns ja nicht, oder? Das sieht irgendwie komisch aus da hinten. Das gefällt mir nicht. Ah ja, doch. Das ist das, was wir von dem Loading-Screen kennen. Okay. Das ist eine riesige Kette. Als wäre hier irgend so ein Riese angekettet. Würde mich aber auch nicht wundern. Ah, ich verstehe. Wir brauchen Reparo natürlich. Ich bin hier aktuell sogar mein Lieblings-Zauber-Spruch hier in dem Spiel. Weil die Animation einfach so cool ist. Aber, das geht gar nicht. Ja, das muss wohl nur gedreht werden, oder? Kann ich hier durch die Suppe laufen? Jetzt seid ihr sicher, dass ich das machen muss. Kann ich das drehen? Also, ich glaube, mit Reparo kann ich hier nix machen. Oder? Stand da gerade was? Okay. Das sieht mir aber schon nach Reparo aus, oder? Irgendwas mache ich falsch. Schon wieder überfordert. Ja, aber das muss ich halt einfach drehen. Aber wie drehe ich den Quatsch? Was hat Hermine denn noch? Ratios? Alles vereisen, oder was? Oh! Oh ja, damit kann ich den Boden hier kaputt frieren. Oh, das war ich. Ich meine, gut, sie hat auch nur zwei Zauberer. Sprich, einer muss es sein. Aber damit hätte ich es nicht gerechnet. Das war Zufall. Umso besser. Bleibt das ewig? Ja, okay. Ist jetzt aber auch nicht so zuverlässig. Geht das überhaupt? Ah. Ja, man muss natürlich ein bisschen schnell sein. Ah, perfekt. Ja, nochmal. Sehr gut. Okay, Hermine, wenn es nochmal passiert, können wir auch gleich die Aktion lassen. Ah. I like. Oh. Und noch ein Mega-Power-Trunk. Bravo. Bravo. Sagt sie das zu sich selbst? Bravo. Sollte ich öfters tun. Nennt man das Affirmation, gell? Wenn man sich immer so positive Sachen einredet, bis man es glaubt. Weiß ich jetzt nicht. Ja, jedem, jedem das Seine. Was haben wir? Dock? Nein. Oh nein, 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 nein. Nein, das darf jetzt nicht passieren. Doxys haben scharfe, giftige Zähne. Bei einem Biss sollte ein Gegengift eingenommen werden. Deswegen also das Gegengift. Oh nein, es kommt Doxys. Wer sie nicht kennt, Doxys sind einfach die nervigsten. Und in diesem Spiel sind sie der Horror. Ich habe an Doxy-Level ganz üble Erinnerungen. Ah. Guck mal, wer mitkommen kann. Aber die kommen nicht über den Fluss, oder? Muss ja nochmal zurück. Weiß nicht. Macht das Sinn? Ich versuch's zumindest. Wer weiß, vielleicht brauchen wir sie ja. Und gegen die Doxys wäre ich jetzt auch ungern alleine. Wie das? Ich kann auch nicht wechseln. Oha, na. In die Hölle mit dir. Ja, okay, vielleicht Gesundheit. Vielleicht kann ich sie auch nicht holen. Vielleicht soll das nicht sein. Das weiß ich nicht. Dann müssen wir das erstmal alleine versuchen. Und da sind schon Gegengifte wahrscheinlich. Oh nein, da sind Doxys. Sieh euch an, wie giftig die sind. Und wie die schon aussehen. Fuck. Mit dir. Die angeflogen kommen. Das sind aber auch für Muskelprotze. Das sind noch Testo-Doxys. Wurde doch mit illegalen Substanzen gearbeitet. Alter. Ja, die Dinger sind giftig. Da gibt's noch ein Level. Ich erinnere mich. Ich glaub, relativ am Ende. Ein richtig komisches Level. Das war mal eine ganz üble Nummer. Mit der Tür jetzt los. War die offen? Warum ist die aufgegangen? Oh nein. War klar. Die Musik. Okay. Hä? Ja, wenn ich mich da draufstehe. Bitte macht diese Kisten nicht auf. Da sind Doxys drin. Bitte nicht, Hermine. Oh, Doxys. Genau. Oh, wie sieht die an? Muss ich nicht verstehen. Doxys sind Mist. Das ist wirklich kontinuiert. Doxys sind giftig. Ja, ihr seht das. Ich krieg einen anhaltenden Schaden. Ich hoffe jetzt wirklich Gegengift. Geht er unendlich lang oder hat er eine Abklingzeit? Ich glaub, das ist eine Abklingzeit. Okay, Hermine, ich hab's verstanden. Okay, krass. Aber wenn du kein Gegengift hast, dann wirst du ja sterben. Außer du hast genug Mega-Power-Trank. Was? Und ihr seht, warum Doxys so gefährlich sind in dem Spiel. Ich hab's gegiftet. Ich brauche Gegengift. Krass. Das ist echt krass. Ah, okay. Das hält also auch nicht ewig. Wie komm ich hier hoch? Ob ich die Käfige reparieren kann? Wär auch schon gedacht. Aber was bringt uns das? Gar nix. Was hab ich noch repariert? Kann ich den jetzt schieben? Ich kann ihn ja nicht schieben. Ich müsste ihn schieben können. Warum kann ich das Ding nicht schieben? Kann das wieder nur Harry oder sowas? Eigentlich, oder? Komm ich hier hoch? Hermine kann nicht klettern. Stimmt, das ging immer nur mit Harry oder so. Das ist jetzt nervig. Die hat nicht viel ausgehalten. Ah, guck mal. Hier komm ich aber hoch. Auch wieder ein cooles Rätsel. Ich mag es. Bringt super viele Elemente zusammen. So soll's sein. So, ich glaub der muss... ...so sein. Hoffen wir's. Aber cool, dass ich das mit Hermine alleine lösen kann und nicht Ron brauch. Oder irgendeinen anderen. Funktioniert das jetzt? Ich muss wahrscheinlich den Spiegel irgendwie ändern, oder? Ist da auch ein Wasserfall irgendwo? Oder wie komm ich hier hoch? Ah, nee. Was passiert hier nochmal? Da geht's dann auf. Okay. Was bringen denn diese ganzen Kisten jetzt? Die sind kaputt. Aber ich kann ja auch hier nichts schieben. Wahrscheinlich droppt der mir einen Block, wenn ich... ...wenn ich das mit den Lichtern löse. Oder auch nicht. Seht ihr, das ist schon wieder für mich zu hoch hier, diese ganzen Rätsel. Das ist einfach, Alter, zu viel. Also, der schießt gegen den. Und der muss dann so sein. Oder? Okay, jetzt kann ich den auch gar nicht mehr verschieben, irgendwie. Egal, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ja, doch. Hä? Warum hat das nicht direkt funktioniert? Ja, okay. Und der droppt mir jetzt so einen Block, den ich mir selbst bauen muss. Habe ich mir schon gedacht. Oh, was so. Was, oh, was so. Ah, stimmt. Und die Dinger konnte man... Ah, ja. Deswegen muss ich die jetzt doch bauen wieder. Mit der hier. Oh, wie mache ich denn das? Oh, nein. Nicht so ein Rätsel. Ja, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich habe schon decoded die ganze Aktion. Wir werden diese Sachen eingesprochen. Das ist ja mal zu viel. Ich muss den hier hinschießen. Aber ich glaube, dann funktioniert es trotzdem nicht, oder? Und dann den hier. Nee, doch, es funktioniert. Den wieder kaputt. So müsste es gehen. Nein, nicht kaputt machen. Ich muss noch mal kurz. Sorry, ich muss... Ey, was ist das? Ich kann das gar nicht nachmachen. Die haben nicht mal Reparo ausgesprochen. Die sagen nur Rap. 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 Please, yes. Junge. Please, yes. Das war ASMR, bevor es ASMR gab. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber mit dem Mikrofon. Viel zu wild. Viel zu wild hier. Was hier schon wieder alles läuft. Oh, nee. Aber es ist auch schon wieder ein Hermine-Only-Level. Also es gibt sehr, sehr viele Level mit Hermine-Only. Entweder Ron und Harry oder Hermine. So ein bisschen so... Spricht ja auch für die Story, weil Hermine ja gefühlt alles alleine gemacht hat im dritten Teil und die anderen zwei Fields dann zusammen waren. Aber spricht schon so ein bisschen Bände. Die warten da seit drei Stunden. Ah, wisst ihr, welchen Zauberspruch ich wieder ausrüsten muss? Richtig. Geht nicht. Okay, das sah cool aus. Jetzt? Komm, so schwer kann es jetzt auch nicht mehr sein. Hey. Das ist eine Musik. Oh, Mann. Oh, endlich. Uh. Ah, guckt mal, wer endlich mitspielen darf. Ja. Und sie gucken an der Kamera vorbei, weil sie so excited waren. Okay, okay, okay. Okay, let's go. Das sieht mir aber auch nach Rätsel aus. Nun gut. Und hier müssen wir jetzt was tun. Laufen wir mal hier hoch. Musik. Ah, da oben gibt es auch noch was. Ah, hier muss sich jemanden draufstellen. Und können wir das Ding dann wieder hochziehen irgendwie. Warum? Ne. Nichts gesagt, Hermine. Alles gut. Irgendwas müssen wir machen. Wir müssen hier wieder hochkommen. Oder auch nicht. Versuchen. Ah, jemand muss klettern. Kann jemand klettern? Eric kann klettern. Das Level ist cool. Ich mag, wie viele Facetten diese Level immer haben. Oft ist es ja einfach so, dass ein Level, das macht einen Zauberspruch halt. Aber diese Level hier haben so, 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 so viele Facetten. Und die haben das richtig gut umgesetzt, dass alle so ein bisschen limitierte Fähigkeiten haben und einzigartige Fähigkeiten, die die anderen dann nicht haben. Oh nein. Ah, perfekt, Harry. Hab nix gesagt. Was ist jetzt los? Alles okay, aber bitte holt mich hier raus. Ne, ne. Guck mal, eine Kiste. Bildkarte. Ausgezeichnet. Okay. Jetzt also mal Ron und Hermine, das Liebespaar. Die haben es natürlich verdient. Und das geht... What the fuck? So diese, diese, diese Cuts hier teilweise ganz wild. Ich hätte jetzt fast gesagt Cutscens, aber... Das ist eine Beleidigung an jede Cutscene. Aber ich meine, das Spiel von 2004 ist ja okay, dass hier nicht... Hey, CGI Cutscens drin haben. Passt schon. Ich sag nur, teilweise ein bisschen merkwürdig geschnitten. Sag mal Ron, du könntest den da auch mal abschießen, oder? Guck'n der hin, der Esel? Ja. Alter. Geh'n weg. Hat er mir den Arsch gezeigt? Alter, weg für dir. Ron macht gar nichts. Perfekt. Ich hab noch die NPCs gelobt in der letzten Folge. Ja. War dann auch das letzte Mal. Okay, das war ein ganz schönes Stück, was wir repariert haben. Geh' mir nicht auf den Zeilgauk. Ein weiterer Mega-Power-Trank natürlich. Sehr gut. Kürbiskuchen. Kesselkuchen. Beides. Was ist das für ein riesiges Level? Noch ein... Ich sag ja, diese Spiegel-Rätsel gibt es sehr häufig in diesem Spiel und ich mag sie. Oh, nee. Aber euch mag ich nicht. Verdammt. Komm, schnell. Alter, Ron. Ron ist der unfähigste Zauberer, wirklich. Er bleibt nicht mal stehen. Bleibt nicht mal stehen. Bleib stehen. Oh, nee. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Also wenn das nicht drauf ist, weiß ich aber nicht. Ich versteh' das nicht. Ja, okay, wenn er ausholt, dann trifft er dich immer. Ja, aber der wird nicht sichtbar. Warum ist er so zäh? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich bin wirklich verletzt. Oh. Ich brauch Hilfe. Ron, hilf hier. Und Ron hat natürlich keinen Trank, der Depp. Ach, Mann. Guck mal, die hat sieben Stück. Und sie stirbt. Und sie stirbt in dem Moment. Und sie stirbt in dem Moment. Und Ron stirbt. Au. Und das sind nur zwei. Das sind nur zwei von den Mistviechern. Oh, Mann, nö. Die juckt aber auch mein Lumos nicht. Stirb doch bitte einfach. Ja. Ja. Ah, die Nabra. Hermine. Ob das geklappt hat. Hermine hat mich einfach getroffen. Oh, oh. Ey, ich verstehe das nicht. Das ist wirklich einfach. Das sind einfach Mistgegner. Da funktioniert das Gameplay nicht. Ach, ich verstehe es nicht. Bei dem anderen ging es doch jetzt auch schnell. Warum ist denn immer einer von denen so zäh? Warum kann man die nicht töten, wenn sie ausholen? Das ist viel zu unpräzise. Man weiß nie, wo man dran ist. Wirklich. Ich mach ihn platt. Ich geh auch weg, hopp. Ja. Ich guck den nicht. Ach, das ist wieder so einer, den du nicht kaputt machen kannst. Das ist wieder irgend so ein Muckback. Ganz ehrlich. Der muss wieder drei Stunden damit anstrahlen, damit er mal einmal sichtbar wird. Und dann für eine Nanosekunde. So, jetzt. Jetzt. Und töte ihn. Alter. Das hat das Level jetzt schon ein bisschen schlechter gemacht, muss ich sagen. Sorry, brauchen wir gar nicht, muss ich aber. Ich weiß ja nicht. Aber eigentlich muss ja Ron hier hoch, oder? Warte mal, Hermine. Warte mal, Hermine. Komm her. Ich glaube, du musst hier, du musst hier doch erstmal. War ich nämlich auf dem richtigen Drücker. Ich gucke. Nee. Dann vielleicht doch nur erst noch. Ich weiß nicht, was mit dieser Kugel hier halt ist. Okay, vielleicht soll das auch so sein. Weiß ich nicht. Ich bin generell überfragt. In allen Belangen. Wie lang ist dieses Level? Das ist echt ein großes Level. Ich bin jetzt schnell hoch mit dir. Oh, oh. Oh, da war aber, da war aber, da hat kein Blatt Papier mehr zwischen die beiden gerade gepasst. Da war aber eine erstaunliche Körpernähe gerade. Du bleibst mal da. Ich schiebe den Spiegel. Nachdem ich mir Boden geholt habe. Nein, ich habe gehört, dass er runtergesprungen ist. Ach Ron. Ja, ja, da, guck mal, da kommt er angewackelt. Wie ein Dackel. Ich frag mich nur, was mit dem Kaputtgegangenen da unten ist. Ah. I see. Wo muss das jetzt hin? Komm, bevor ich sie jetzt umherschiebe. Ron versucht es einmal zu aktivieren. Ein einziges Mal. Komm. Okay. Die Richtung. Ja, müssen wir mal gucken. Nein, ich bin dumm. Fehler. Ja, wobei. Nee, ich glaube, ist egal. Passt. Irgendwas zum Reparieren. Okay, vielleicht muss es einfach nur in der Sekunde, wo es vorbei fließt. Vielleicht reicht das schon. Ja. Aber. Und jetzt einfach vorbei. Vielleicht reicht das. Oh. Oh. Das klingt nach Ausgang. Ja. Kurz mal, dass die Wiener Staatsoper aktiviert. Klingt aber gut. Ich glaube, wie ist der Ausgang. Harry, lassen wir einfach hier. Das hat eh keinen Sinn mehr mit dem. Wirklich. Hermine. Habt ihr das gesehen? Die geht einfach durch. Rente einfach durch. Ja, aber fühle ich auch. Komm raus hier. Natürlich geht's nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Warum muss man die Dinge auch immer besiegen? Warum kann man nicht einfach durchrennen? Ist doch Quatsch. Ist doch jetzt Quatsch. Hermine war. War auf dem richtigen Dampfer. War auf dem richtigen Dampfer. Ich glaube, das Level wäre 10 Minuten kürzer, wenn sie die Dinger nicht reingepackt hätten. Stirb endlich. Du sollst sterben. Stirb. Das geht nicht. Warum ist einer immer so zäh? Wenn der weg. Aber jetzt kannst du nicht killen, wenn er das macht. Die Dinger sind so dumm programmiert. Und es geht halt nicht weiter. Man muss es halt darauf ankommen lassen. Ja, wenn die wegköpfen, juckt die nix. Jetzt. Mist. Junge, jetzt gibst du endlich auf. Ich habe dich gestellt. Das ist so random. Das ist wirklich so. Teilweise geht es auf Anhieb. Und dann brauchst du wieder 10 Minuten, um einen zu kriegen von denen. Es ist doch geskriptet, der Much. Ganz ehrlich. Ach. Ach komm. Ist doch so unnötig. Komm, bitte. Wir machen jetzt so lange, bis das klappt. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch ein Bug. Ey, das ist doch ein Bug. Ach, das ist so dumm mit diesem Lumos. Guck mal, Hermine ist auch schon weg. Die hat sich mit dem Zeitumkehrer vernebelt, wenn ich jetzt noch sterbe. Ist vielleicht auch besser so. Ganz ehrlich. Ist vielleicht dann auch besser so. Ich check das nicht. Nein. Oh, der wäre es nämlich gewesen jetzt. Ja. Nein. Von. Aus. Okay. Komm, versuchen wir das Level jetzt noch fertig zu machen in der Folge. War jetzt 10 Minuten nur mit dem beschäftigt. Ja. Was ist diese Reaktion? Ja. Oh, man. Warte, Capretractum brauchen wir hier. Aber wir haben das Buch immer noch nicht gefunden, oder? Stimmt, wo ist eigentlich das Buch? Ich glaube, deswegen sind wir hier, oder? Oh, das war aber jetzt mutig. Was ist denn jetzt das Buch? Harry ist tot. He died. Like a dog. Nee, aber jetzt mal wirklich. Wo ist das Zauberbuch hier? Die erste 1-Stunden-Folge Harry Potter, wie so ist das Gefühl? Where is the book? Is it here? No. That's not where the book is. Hat denn jetzt schon... Oder hat Harry den Zauberspruch mittlerweile? Nee, Harry hat wirklich noch keinen Zauberspruch. Was ein Loser. Sorry. Muss jetzt mal raus. Da oben das Teil vielleicht, gell? Da ist auch wieder so ein... Muss der da hochklettern? Ah, guck mal hier. Hier muss der Harald vielleicht mal hin. Komm mal her. Boah, dieses Level ist riesig. Aber es gefällt mir. Es ist super. Bis auf diese blöden Geister. Aber die sind ja in allen Leveln blöd, also... Dann kann das hier jetzt auch nichts dafür. Guck mal hier nach rechts erst mal. Harry kann echt nur klettern in dem Spiel. Loser. Das ist echt nicht so ein Spiel, habe ich so das Gefühl. Okay. Keine Ahnung, was das gebracht hat. Hm. Capra Tractum bräuchte man hier wahrscheinlich. Aber dafür bräuchte man halt auch so ein Buch. Das gibt's vielleicht hier. Alter, das Level ist ja riesengroß, wenn hier jetzt auch noch ein größerer Abteil kommt. Oh nein, das ist jetzt aber nicht... Bin ich jetzt hier in die Falle gelaufen? Nee. Das ist ein neuer Teil, oder? Oh, in die Hölle. Oh, perfekt. Harry darf seinen ersten Zauberspruch lernen. In Folge 300. Cool. 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 Warum sprechen die teilweise die Sounds nicht aus? Da hat doch schon wieder was gefehlt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, da gibt's keinen Sound, wenn man den auswählt. Oh, nee. Ach, okay. Ihr seid's nur. Okay, Freunde. Dann gibt's heute halt ne längere Folge. Das sind so Schildochsen. Es funktioniert nicht. Ah. Wow. Okay, das ist cool. Oh ja. Ja, okay, dann versuche ich doch nochmal hier die Taktik mit dem Reflexions-Ding. Einfach super, prima. Okay. War's das jetzt mal mit dem Level? Ich mein, ich fand's cool, aber es war ein bisschen groß. So ein Zauberspruch-Level. Alles ist noch nicht vorbei. Äh, äh. Aber als ob's dafür keinen Sound gibt. Oder hier sieht man auch, was die anderen ausgewählt haben. Das ist ein cooles Detail. Hey, Hermine. Der Spalt scheint die richtige Größe für dich zu haben. Okay. Wo denn? Ja, jetzt muss ich ihn erst mal finden. Äh, Ron. Und wo soll der Spalt sein? Ah, jetzt müsste Hermine hierher kommen. Das geht aber nicht. Ah. 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 Okay. Cooles Rätsel. Super. So. Hier ist sie doch fast schon so ein bisschen, gell? Da oben auch mit dem Orange. Also krasses Level. Krass, krass, krass. Aber ich sag dir, die Level sind hier extrem riesig. Wir haben ja die Folge nichts anderes gemacht. Schon heftig. Oh, es geht noch weiter. Seid ihr deppert? Natürlich. Klassiker. Okay. Oh Gott. Eine ganze Armee. Und jetzt? Einfach drauf. Oh. Dann die Schilde geschlachtet von denen. Boah, die eine prescht einfach durch. Alter, alle tot. Ron schon komplett kaputt. Ja, das war nicht so smart. Na, das war nicht so smart. Weg. Geh weg. Nervt Bock. Na, ja, genau. Nervt noch mehr. Wir alle leben wieder. Perfekt. Jetzt reicht's aber, oder? Flitwick. Was hast du uns hier für eine Aktion aufgebrummt? Lass das den Ausgang bitte sein. Nicht, weil ich's Level nicht mag, aber es ist dann auch mal gut. Oh, das sieht nach Ausgang aus. Oder nach Spielabbruch. We did it. Oh nein, es kommt noch ein Bossfight, oder? Ja, natürlich kommt noch ein Bossfight. Na, komm, dann haben wir heute aber auch alles. Dann gibt's die Cabaretraktum-Folge heute. Aber ohne Kompromisse. Ich kann nicht... Jetzt. Oh oh. Oh, what the fuck? Was bist du? Ausgeburt der Hölle. Nee, keine Ahnung. Ich sollte auch mal was zum, äh, trinken nehmen. Wie schneller. Alter, das dauert dir viel zu lange, wenn du wirklich mal im Kampf bist. Du bist und dich heilst. Das ist ja übermorgen. Okay, welcher andere? Ich kann nicht wechseln. Jetzt muss ihn jemand töten. Termine. Läuft da ganz entspannt rum. Check ich nicht. Okay. Merkwürdig. Merkwürdiges Verhalten hier. Ich muss das anscheinend machen. Ich muss alles alleine machen. Okay, das war's. Aber das sieht mir nach einem etwas einfacheren Gegner aus. Der erste war ja schon wirklich knackig, der allererste Boss. Hier muss man halt die vier Schilder abziehen und dann diese einzelnen Ausgeburten der Hölle bewegen. Mist. Man muss vor allem auf den Bauch zielen. Mist. Man muss vor allem auf den Bauch zielen. Alter, Ron liegt nur am Boden. Der sterbende Schwan. Ach komm. Ach komm. Jetzt. Boah, aber in der letzten Sekunde hat er das Ding vom Rücken gerissen. Schnell, 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 schnell. Ron ist auch mal wieder unter uns. Alter. General Grievous. Äh, äh. Das, bevor der Film rauskam. Äh, jetzt aber wirklich? Oh mein Gott. Hat Star Wars bei diesem Harry Potter Spiel geklaut? What? Ist einfach General Grievous. Was soll ich machen? Ja. Bravo. Du hast es geschafft, Harry. Mann, das war ein großes Level. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Äh, äh, was war jetzt der Ausweg? Moment. Wir gucken uns hier natürlich erst nochmal um. Das würde mich jetzt nämlich nicht wundern, wenn hier irgendwelche Secrets noch lauern. Vor allem mit dem Ron gucke ich hier mal. Denn hier komme ich leider nicht hoch. Okay, dann gibt es vielleicht doch keine Secrets. Aber lieber schauen. Ich weiß nicht, wovon wir gekommen sind. Die Türen sehen ziemlich identisch aus. Doch, da oben ist doch was. Oben, das sieht doch aus. Ich weiß ja nicht. Kann Harry da hochklettern? Na gut, dann würde ich sagen, ist eh schon eine ziemlich lange Folge. Beenden wir das Ganze mal. Okay. 50 Hauspunkte für Gryffindor. Ihr könnt gehen. Wir könnten die Zutaten suchen gehen. Der neue Zauber ist sicher nützlich. Und dann könnten wir uns hinlegen. Was meint ihr? Keine Ahnung, ich bin müde. Wir müssen auf jeden Fall hier weg. In ein paar Minuten beginnen die Vertrauensschüler mit ihren Runden. Oh nein. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.